Willkommen im Bad Zwölf und wir erfahren von Lotta Hart den Schmutz, den sie ausgegraben hat. Dankeschön! Hey, tu nicht so überrascht! Ich werde dir das nicht umsonst geben! Scheiße! Ähm, Lotta will kein Geld. Jetzt weiß ich, dass sie ein außerirdischer Klon ist. Ähm, was willst du denn? Wenn Maja nicht die wahre Mörderin... Hauptsache, ne? Oh, voll scheiße, ich war voll scheiße zu Maja. Ne, Lotta ist okay. Okay, dafür helfe ich dir mit Geheimnissen, aber nur für den Gegenpreis. Hallo? Hast du ja gar nicht bei mir entschuldigt? WTF? Wenn Maja nicht die wahre Mörderin ist, wer, glauben Sie, war es dann, Lotta? Nun zur Hölle! Ist das nicht offensichtlich? Das war dieser Okkultismus-Friech! Sie meinen einie meini? Nun, jemand anderes kommt wohl nicht in Frage, oder? Die Oma, du und ich, wir waren ja die ganze zig zusammen. Lotta verdächtigt also einie. Nicht vermutlich die erste von meinen Zuschauern, die das auch tut. Das heißt, sie könnte schon etwas über die mysteriöse einie herausgefunden haben. Ähm, sollen wir einfach mal dann, äh, vielleicht einies Profil präsentieren? Das macht irgendwie Sinn gerade. Gucken wir einfach mal, ob es klappt. Einie meini! Yes! Hey, das ist einie meini, oder? Ich frag mich, was er gerade rausgeholt hat. Ja, ich habe sie, äh, ich habe mich gefragt, ob sie mir etwas über dieses Mädchen verraten können. Tja, ich habe tatsächlich ein paar Nachforschungen über sie angestellt. Ich war, es war ihre Schwester, die Dr. Grey aus der Welt, der Jeister zurückrufen wollte. Das wissen wir schon. Ähm, ja, davon habe ich gehört. Äh, ich habe auch gehört, dass eine diejenige war, die Dr. Grey nach Kurain gebracht hat. Ist das dein Ernst? Das ist vielleicht ein raffineter Jöre. Jöre? What the fuck? Jöre. Hey, soll ich dir noch mehr über sie erzählen? Boah, die ist die Klatschland auf der Arbeit bestimmt. Ja, aber, äh, gerne, danke. Ja, sofort. Wenn er nicht schon wieder einen Preis kostet hier. Über eine meini. Da es gerade um eine geht, haben sie irgendwelche anderen Informationen über sie? Ja, sicher! Ja, sicher! Ja, sicher! Nun, was denn? Ja, ja, ja. Das wird dich was kosten. Das wird dich einiges kosten. Ah, ich dumm euch ja nicht. Das umsonst bedeutet kein Geld erforderlich. Das Mädchen war vor einem halben Jahr im Krankenhaus. Ähm, Krankenhaus? Aber warum? Nun, verdamm ich. Das kannst du ja wohl selbst herausfinden. Hä? Hier. Das gebe ich dir. Ich gebe dir mal den Rest von der Klinik. Vielleicht findest du ja was heraus. Vielleicht? Was soll das denn heißen? Sieh mal. Ich dachte mir nämlich, dass es ätzend wäre. Deswegen war ich nicht dort. Hat einen anderen Grund, warum sie nicht dort war, glaube ich. Aber den erfahren wir gleich. Äh. Nun. So läuft das nun mal, nicht wahr? So läuft das also. Äh. Ich meine, sehen sie, geben sie. Nicht mir. Ach, was soll's. Sieht so aus, als hätte ich keine Wahl. Ich sollte mir die Hottiklinik mal ansehen. Und die Hottiklinik ist ein sehr interessanter Ort. Äh, Hottiklinik. Und die Hottiklinik. Anmeldung. Hier lag Aini. Also im Krankenhaus. Äh. Möchtest du den Patienten besuchen? Äh. 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 Sind sie einer der Ärzte hier? Äh. Ja. Ich bin Direktor Hottik. Äh. Ich dachte nicht, dass ich mit dem Direktor selbst sprechen würde. Äh. Ja. Äh. Wie kann ich dir hilflich sein? Äh. Äh. Ich würde ihnen gerne einige Fragen zur Frau Aini Meini stellen. Äh. Äh. Frau... Frau Meini? Frau Aini Meini? Ja. Ach sie! Ja. Das ist aber schade. Ich sag dir was. Dieses Mädchen wurde schon von langer Zeit entlassen. Hier stecken sie also, mein Lieber! Hä? Fuck? Sie wissen doch, dass sie nicht abhauen sollen. Zurück auf ihr Zimmer mit ihnen! Ah. Zuckermäulchen. Beruhigen sie sich doch. Seien sie doch nicht so streng mit einem alten Mann. Fangen sie bloß nicht, wieder mit der Zuckermäulchenmasche anzufangen! Wenn sie sich nicht benehmen, wären sie aus diesem Krankenhaus geworfen. Ich habe mich wohl ein Arztkittel her. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass Schwestern so direkt und hart zum Chef sein dürften. Kommen sie schon. Seien sie ein braver Junge und geben sie mir den Kittel des Direktors. Okay, okay. Verstehe ich schon. Verstehe ich schon. Ja. Ähm. 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 Hm. Ja. Genug jetzt mit dem... Hm. Ja. Wer zur Hölle sind sie? Ich bin direkt der Hottie. Ähm. Die Schwester ist einfach verschwunden. Wie gemeint. Der einzige, mit dem ich reden kann, ist dieser Typ. Ja, aber da kommen wir nicht drum rum mit dir ein bisschen zu reden. Hottie Klinik. Nun, was wird eigentlich genau in dieser Klinik behandelt? Ja, wir behandeln alles Mögliche. Ärztliche, klinisches Zeug. Äh, ja. Äh, ärztliches klinisches Zeug? Nun, die genauen Details kenne ich nicht, aber interessieren mich wohl nicht. Ähm. Ja, was soll dieser Blick? Ach ja, gleich auf die Ecke ist ein großes Allgemeinkrankenhaus. Ja. Ich finde, nicht alle aufnehmen können, werden die Patienten hier verlegt. Äh, ja, hey. Ihr werdet auch operiert, oder? Ja, äh, hier werden Schildheitsoperationen gemacht, glaube ich. Glauben Sie? Ja, ähm, äh, ich glaube, das ist so. Wow, toll. Einimini! Was wissen Sie über Frau Einimini? Ja, jetzt verstehen wir uns. Ja, sie wurde hier verlegt. Aus dem Allgemeinkrankenhaus. Aus dem Allgemeinkrankenhaus? Ja, ja. Welche Art von Operationen war denn erforderlich? Ja, nun, sie musste operiert werden. Das war echt schlimm. Richtig schlimm. Was für eine OP war es also? Ja, nun, äh, weißt du, das ist etwas... Na, das kann ich nicht sagen. Und das sagen Sie mit einem freundlichen Lächeln. Herr Direktor. Sieh mal, das ist eben die Sache, dass Ärzte nicht über Patienten sorge reden dürfen. Das kennt man doch aus dem Fernsehen, oder? Hast du das auch schon gesehen? Hm, ja. Denn den werde ich wohl niemals dazu kriegen, dass sie mir etwas verrät. Es muss doch etwas geben, was ich dem alten Kautz zeigen kann. Und, Freunde, das gibt es. Das haben wir dabei. Und wir werden es zum ersten Mal benutzen. Und zwar unsere Anwaltsmarke. Hm, was ist das? Ich bin Anwalt. Im Moment untersuche ich einen Mord. Hm, hm, ja. Was soll dein zorniger Blick? Gewalt ist keine Lösung. Hm, ja. Morgen ist die Verhandlung. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne Informationen von Ihnen. Hm, ist das so? Tja, weißt du, ich denke, ich kann dir ein kleines Geheimnis verraten. Wie wäre das? Hm, ja. Eigentlich bin ich nicht der Direktor. Wollen Sie mich veräppeln? Jeder mit einem halben Fliegen gehören wusste das. Oh, wie, wie meinen Sie das? Muss ich Ihnen das erklären? Hm, ja. Moment mal. Ich gebe dir etwas. Echte Formation, okay? What the fuck? Eigentlich bin ich die, weißt du, ich bin die wandelnde Lexi-Pedi. Hm, hier. Sie meinen die wandelnde Enzyklopedi. Und, ja. Und meine Spezialität sind Seidenweiche. Richtig heiße Patienten. Ich weiß einfach alles über sie. Aber es ist mir etwas zu bein, um darüber zu reden. Äh, ja. Ich bin froh, weil ich dich nicht mehr synchronisieren muss. Wie wäre es, wenn sie solche Infos für sich behalten? Oh. Wie auch immer. Du wolltest etwas über die Fräulein Einie-Meini wissen, oder? Fräulein Einie-Meini. Dieses Mädchen. Ach, ich kann sie. Ich kann mich noch sehr gut an sie erinnern. Sehr gut. Ja, du Scheiß-Creep, ey. Reden. So, hot. Ah, nein, da haben wir schon geredet. Kacke. Schnell durch hier. Weil ich synchronisiere den, ich weiß nicht, ich bin den Typ nur hier. Und ich synchronisieren sehr ungern. Merkbar, glaube ich. Sagen Sie mir bitte, was Sie über Einie-Meini wissen. Und, ja, dazu komme ich noch. Vertrau mir, das mache ich. Das Mädchen stimmt. Sie wurde hier verlegt. Aus dem Allgemeinkrankenhaus. Haben wir alles schon erfahren. Das war, ja, vor einem Jahr. Sie war einer von diesen Notfällen. Was fehlte ihr? War sie krank? Krank? Nee, 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 nee. Sie war verletzt. Nicht krank. Ich erkannte, das erkannte ich mit meinem Schuldenauge. Jupp. Ich sah, wie riesig die Verletzung war. Eine riesige Verletzung. Ihr ganzer Körper war voll mit Bandagen eingehüllt. Und die Arme war eingekipst. Und das klingt wirklich ziemlich übel. Hm, ja. Es war ein Unfall. Die sind beängstigend, die Autos. Nicht wahr? Hm, ja. Auto? Sie meinen, es war ein Verkehrsunfall? Jupp. Dabei hat sie diese schrecklichen Verletzungen gelitten. War in der Zeitung. Ich habe alles nachgelesen. Es war schrecklich. Hm, ja. Will ich überhaupt danach fragen, was mit dem Alten nicht stimmt? Oh Gott, noch mehr. Nein. Verdammt nochmal. Gerade eben haben sie etwas von einer großen Operation erwähnt. Hm. Meinst du, das war eine Frau Einies-Operation? Ja, Frau Einies. Das, ach, das war ein höllischer Unfall. Hm, ja. Ihr ganzes Gesicht war verbrannt wie Toastbrot. Es war schlimm. Sehr schlimm. War es wirklich so schlimm? Hm. Es war gut. Dass Frau Einie ein Foto von sich dabei hatte. Ich habe gehört, dass ihr Gesicht anhand dieses Fotos rekonstruiert wurde. Hm? Foto? Das Mädchen, hm, hm, sie hatte gerade erst ihren Führerschein bekommen. Hm. Sie hatte zufällig ein Führerscheinfoto dabei. Hm, ja. Oh. Nun, also, ich bekam ihr Foto. Zur Erinnerung. Nun, ja. Nun, hab's wohl eher gemopst. Ähm. Ein Verstoß gegen die Berufsehre? Oh, Moment mal. Was? Ein liebstes Mädchen für sie? Ich wette, sie hat viele Bilder von sich. Ähm. Sicher? Das ist ein Schatz. Mein Schatz. Mein, mein Schatz. Herr der Ringe Anekdote in Phoenix Wright. Einfach geil. Was ist aus dem Führerschein geworden? Wer weiß. Ich habe mich danach gefragt. Ist wohl ein Motto verbrannt? Ja. Führerscheinfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Der Unfall. Ähm. Sie haben als Information zu einiges Unfall nachgelesen, richtig? Jup, jup. Gewiss. Ja. Ich habe jede Zeitung gelesen, die damals darüber berichtete. Äh. Was war das für ein Unfall? Wissen Sie das noch? Ja. Warte mal. Ich hole ihn für dich. Den Artikel meine ich. Danke. Äh. Sie meinen Sie haben ihn? Nun. Nun. Verstehe mich nicht falsch. Ich dachte mir, dass so etwas normal passiert. Total besessen. Aber von wem könnte ich lernen, wie man einem Hinweis nachgeht? Ah, hier ist er. Hier ist er. Mh, ja. Laut diesem Artikel saß Frau Einie auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz? Hä? Und sie hat geschlimmert. So heißt es zumindest. Ein heftiger Ruck hat sie aufgeweckt. Und sofort war sie von Flammen umhüllt. Frau Einie kämpfte mit der Tür, öffnete sich schließlich und kam irgendwie raus. Jedenfalls können Sie all die Details in den Artikeln nachlesen. Mh, ja. Zeitungsausschnitt 2 in der Gerichtsakte aktualisiert. Danke. Ein Neu Hinweis. Dem sollte ich wohl nachgehen. Es ist ein halbes Jahr her, dass Frau Einie operiert wurde und sich erholt hat. Sie wurde irgendwann im Dezember letztes Jahr entlassen. Das ist schon ein halbes Jahr her, hm? Mh, ja. Also, wie war ich? Ich war eine echte Hilfe, nicht? Mh, ja. Äh, ja. Vielen Dank. Mh, ja. Also nun werde ich mal wieder zurück auf mein Zimmer gehen. Grüße, Frau Einie von mir hat es... Okay. Mh, ja. Boah, bin ich froh, denn spaßlos zu sein. Ey, ich muss erst mal was trinken. Sorry. Ich muss jetzt auch gehen. Hm, ja. Okay. Ich muss jetzt wirklich unbedingt hier raus. Danke, Phoenix. Mein Gedanke. Äh, Kuh rein, so. So, Lotta, wolltest du doch Bezahlung haben? Ich frage mich, ob die Informationen, die wir ihr geben können, dafür sorgen, dass wir Informationen von ihr kriegen. Kuh rein. Na, wie war's? Warst du in der Klinik? Ja, ich habe einiges herausgefunden. Glaube ich. Was ist denn los? Du siehst nicht gerade Ruth aus. Ruth. Du siehst voll nicht Ruth aus, Alter. Ähm. Ah ja, die alte Oma hat vorhin ne Bullen gerufen. Äh, hä? Die Bullen? Warum sollte morgen die Polizei rufen? Sie meinte, sie müsste ihnen was sagen. Jetzt wird es jedenfalls interessant. Okay. Okay, noch mal ein bisschen mit ihr reden. Aber ehrlich mal, ich sag dir, die Oma hat einen Knoten in ihren Strapsen. What the fuck? Tja, ich schätze, so könnte man es auch sagen. Es hängt immer klein an, weißt du? Sich den Platz der Mästerin zu erschleichen und die Leute im Dorf zu kontrollieren. Und siehst du, was jetzt daraus geworden ist? Ein Mord wurde daraus. Ja, was für ein Chaos. Moment mal, warten Sie. Wiss. Das Zeug, von dem Sie gerade sprachen. Davon habe ich vorher nie was gehört. Hey, wirklich? Nun, für den Rest der Welt sind es olle Kamellen. Nun, entschuldigen Sie, dass ich kaum auf Gerüchte achte, während ich Menschen rette. Sie sprachen von dem Erschleichen des Platzes der Meisterin. Yep. Zurzeit ist die Meisterin... Ah, Mace Turell oder was? Zurzeit ist die Meisterin das Medium namens Misty Faye. Aber diejenige, die wirklich die Meisterin hätte werden sollen, war die alte Oma. Morgen hätte die Meisterin werden sollen? Boah, viel zu viel zu reden gerade, ey. Wissen Sie, wo Einie ist, Lotta? Ja, ich habe sie erst vor kurzem gesehen. Sie hält sich im Hauptjahrten auf. Okay, danke. Willst du sie etwas fragen? Ja. Ich habe eine ganze Liste von Fragen, die nur sie mir beantworten kann. Davon ein kurzes Gespräch. Der Meister. Wie ich gehört habe, war immer die älteste Tochter der Meisterin. Die älteste Tochter. Hm. Sieht so aus, als wäre die alte Fledermaus die ältere Schwester von Misty Faye. Oh. Es heißt, die ältere Schwester hätte für ihr wöhnlich die größere spirituelle Kraft. Jetzt, wo sie das sagt, Maya hat ja vor langer Zeit dasselbe erwähnt. Sie warnte mich, dass ich Miras Kraft nicht unterschätzen soll. Nun, wie auch immer. Irgendwann hat die gute Oma gegen ihre jüngere Schwester Misty verloren. Wie kann ich mir diesen Wettstreit vorstellen? Verstehe. Ich habe ihr hört, dass sich die Bürger jen sie wendeten. Sie sagten Dinge wie... Sie ist die ältere, aber ihr fehlt die Kraft, die nächste Meisterin zu sein. Wow. Das ist mir völlig neu. Was wäre denn passiert, wenn Morgan stärker gewesen wäre? Ja, Mayas Familie wäre zur Zweigfamilie degradiert worden, glaube ich. Das ist irgendwie hart. Ähm, ich überlege, ob wir jetzt ganz schnell mal reindüsen und eh mit Morgan reden. Äh, jo, machen wir mal. Vielleicht kommen wir eh nicht noch vorbei, wenn sie jetzt eh gleich hier steht. Aber ich würde ganz gerne mal mit ihr reden über diese Zweigfamilien-Kramkiste da. Wo ist sie denn? Hier ist sie auf jeden Fall nicht. Hopp. Oder dann halt nicht. Wenn die alte nicht will, dann reden wir halt mit Einie. Ich sehe viel neugieriger, aber ich glaube, wir können jetzt erfahren, was mit ihr los ist. Gucken wir einfach mal nach. Holstück! Hey, äh, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich spreche halt irgendwie die ganzen komischen Rollen. Ich glaube, ich habe jetzt genug, um mir Geheimnis zu drätseln. Danke, Phoenix. Das dachte ich mir auch schon. Äh, was soll denn dieser unheimliche Ausdruck in ihrem Gesicht, hä? Das wirst du noch früh genug erfahren. Dann, wollen wir doch mal loslegen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Verkehrsunfall. Okay. Huah. Bitte erzählen Sie mir von dem Verkehrsunfall. Hä? Äh, wer ist ein Unfall? Vom Unfall Ihrer Schwester natürlich. Oh, äh, oh, ja. Dieser, äh, Typ, Dr. Gray, hat dafür gesorgt, dass meine Schwester einschläft. Und, äh, das ist alles, was ich dazu sagen habe. Dazu zu sagen habe. Hm. Interessant. Einie hat eben gefragt, wessen Unfall. Das heißt, sie muss noch etwas über den Unfall einer anderen Person wissen. In Ordnung. Dann wollen wir mal das Thema wechseln. Warum erzählen Sie mir nicht von dem Unfall einer gewissen anderen Person? Hä? Der Unfall einer anderen Person? Äh, an wen haben Sie denn da gedacht? Äh, wer wohl? Ihr Unfall, Frau Meini. Ich möchte Sie etwas zu Ihrem eigenen Autounfall fragen. Mich? Ja. Wow, äh, wie seltsam. Ich habe, äh, keine Ahnung, wovon Sie reden. Können Sie, äh, beweisen, dass ich in, äh, einen Unfall verwickelt war? Ja, ja, da haben wir ja gerade von Dr. Hottie die hotten News bekommen, wenn ich sie jetzt finde. Äh, 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 hier. Artikel blablabla. Blabla, gestern Nacht, blabla. Gehen wir mal weiter. Ähm, Frau Einiemeini ist unter Interview zum Unfall. Ähm, jo. Nehmen wir einfach mal den hier. Ich denke, der macht Sinn. Yes! Würden Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Einiemeini gibt Interview zum Unfall. Ah! Sie waren schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, nicht wahr? Äh, äh, Moment mal. Was ist denn? Äh, was ist denn? Entschuldigung. Äh, das bin nicht ich. Äh? Ich meine, äh, diese Person hat, äh, denselben Namen. Aber, äh, äh, das bin nicht ich. Weißt du, sie, sie, sie ist so strunz in der Birne, dass ich ihr sogar zutrauen würde. Und ich räume mich gerade auf meinem Soundkabel. Moment mal. Boah, ist das geil, wenn man einen Stuhl hat und ein Soundkabel, also ein Headsetkabel sich verheddert. Total toll. Freue ich mich immer wieder drüber. Ähm. Mein Name Einiemeini gibt es, äh, ziemlich häufig. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mimi Meini wird auch erwähnt. Äh, total wow. Was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon total, äh, Gänsehaut. Glauben Sie, dass Sie, ich werde Sie so leicht von der Angel lassen? Also, äh, was nun? Jo, gehen wir einen Kaffee trinken. Äh, haben Sie etwas, das total beweist, dass ich im Krankenhaus lag? Ähm, ja. Das Führerscheinfoto. Das Beweis ist doch ziemlich krass, oder nicht? Gruselig, zwei Köpfe von Ihnen zu sehen, fast für eine Hydra. Das ist der Beweis. Äh, was ist denn dieses, was hat denn dieses Bild zu bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem Sie lagen. Hä, hä? Na und? Dort war ein gewisser Patient, er war ein großer Fan. Zum Andenken an Ihren Aufenthalt, an Ihren Aufenthalt klaute er dies. Das Foto sieht aus wie sie. Dieser unheimliche Schwindler, der vorgab, der Direktor zu sein. Yes, erstes Lockweg. Nach drei Beweisen oder so. Sind Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Äh, einen Moment. Okay, also, ich war in einem Unfall verwickelt, sicher. Aber das hat absolut null mit diesem Mord zu tun. Doch, hat es schon. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Ah, und? Diese Frau, die starb, wer war ihres Erachtens nach damit gemeint? Hä? Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... Ja, wer wird das jetzt wohl gewesen sein? Diejenige, die tot ist. Ja, warum gehst du denn raus, ey? Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimi Meini. Mimi? Sie saßen in dem Auto, als ihre Schwester steuerte. Sie waren beide zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Yes! Und wir kriegen immer Leben! Woo! Nice! Oh, es ist wieder voll, thank the Lord. Und was wirklich in den Verkehrsneinenspaß? Wir sind noch gar nicht so lange im Bad. Nur Scherz, Freunde. Chillt mal. Alles cool. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto gefahren. Mit meiner Schwester. Wir waren, äh, auf dem Weg nach Hause. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich einschlief. Und dann ist es passiert. Ich griff mir meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Und ihre Schwester? Ich, äh, konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch. Ich konnte nichts sehen. Oh, tut mir leid. Dr. Gray. Hat Dr. Gray den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verursacht? Äh, er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester total heimzuzahlen. Hm, ich frage mich. Damit hat Aini einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Ha, ha, ha. Es scheint so einfach zu sein, nicht wahr? Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. Ich hoffe, äh, Sie genießen sie. Ha, ha, ha. Oh, okay. What the fuck? Aus Erfahrung weiß ich, dass es hier bei Aini gerade nichts mehr zu holen gibt. Aber erinnert euch ja noch an den letzten Tag, während ich mir was zu trinken eingieße. Und zwar an die Schlösser, die Mia hatte. Da sie Informationen über den Mörder hat. Und das ist das letzte Stück. Und das weiß ich noch, weil ich es letztes Mal gespielt hatte und es total geil fand. Und es mir im Kopf geblieben ist. Dass das das letzte ist, wo wir jetzt hin müssen. Von daher gehen wir jetzt einfach mal dahin. Wenn wir dahin kommen und es wirklich so ist. Oder ich labere gerade vollkommen das Scheiße und es passiert gar nicht. Sehen wir jetzt. Ach, weh, jetzt kommt wieder Lotta, ey. Hä? Sieht so aus, als würde etwas passieren. Stopp, stopp! Lassen Sie meine Mutter in Ruhe! Oh, äh, ganz ruhig, meine Liebe. Ich werde hier nicht... Pearl, Liebes, es ist schon in Ordnung. Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Mutter, bitte, lass mich mitkommen! Nein, du musst hierbleiben und das Anwesen beschützen. Aber... Oh, mach nicht so ein Gesicht. Hey, pass mal auf. Ich zeige dir was ganz Cooles. Hier, sieh mal. Das ist eine echte Pistole. Inspektor, treiben Sie es nicht auf die Spitze. Gamscho, ohne Scheiß jetzt! Ähm, tut mir leid. Gamscho, du bist so ein Vogel, ne? Armer Gamscho. So von morgen am Ohr gezogen zu werden. Au. Mutter. Bohne, Scheiß! Gewinnt Pearly den Mitleidspreis, oder was? Morgen. Morgen! Mutter. Das ist noch nie passiert. Pearls? Herr Nick! Ich habe ein richtig mieses Gefühl, dass ich nicht loswerde. Ich glaube... Oh. Ich glaube, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich wirklich, Herr Nick. Sag etwas, Wright. Irgendwas. Ich bin eine echte Niete. Herr Nick! Was ist mit... Was ist mit der mystischen Maya? Ihr wird nichts passieren. Ich glaube, ich habe genug Beweise gesammelt. Die mystische Maya. Sie muss sich sehr einsam fühlen. Bitte, Herr Nick. Besuchen Sie sie. Okay, dann kriegen wir jetzt den Hinweis, dass wir wirklich dahin müssen. Krass, okay. Ja, aber ich kann dich nicht auch hier... Ich kann dich doch nicht hier alleine lassen. Mir wird ja nichts passieren. Bitte. Die mystische Maya braucht es ja in ihrer Seite. Der Blick ist ganz schön stechend. Okay, dann machen wir das, was wir schon vorhatten und wir uns durch Pearls nur bestätigt fühlen. Und zwar gehen wir nochmal in die Strafanstalt. 21. Juni, 18.38 Uhr. Boah, der macht aber heute Überstunden, der Phoenix, ey. Du hast mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Mia? Wusste ich doch, dass wir die treffen, ey. Nun, wie laufen die Vorbereitungen? Ich glaube, ich habe jetzt genug Beweise und Informationen, glaube ich. Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Ob Maya schuldig oder freigesprochen wird. Eine ganz schöne Last. Hm. Wenn ich mich recht entsinne. Hatte Mia selbst einige psychische Blockaden. Mia, ich werde mir die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Sicher. Versuch es nur. Ob auch immer sie es ihm einfach nicht sagt. Aber ich glaube, es geht ihr darum, dass sie guckt, ob Phoenix es lösen kann. Aber quatsch mir erstmal mit ihr. Mia. Ja. Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den wahren Mörder, meine ich. Brau, 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 brau. Jo. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen zu sehen. Sieht so aus, als müsstest du deinen Gedankengang erklären. Ja. Sich mit Mia geistig messen. Hm. Machen wir... Ich würde ja... Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal die anderen. Es gibt noch eine Menge Fragen, die du vor dem Prozess morgen beantworten musst. Du meinst, wie zum Beispiel der wahre Mörder, wie der wahre Mörder in das Zimmer gelang und Dr. Gray töten konnte? Ja. Und wann hat der Mörder den Beschwörungsraum betreten? Ihr standet doch alle vor dem Zimmer rum, nachdem die Beschwörung begonnen hatte. Das heißt, der Mörder muss vor der Beschwörung in das Zimmer gegangen sein. Jedenfalls glaube ich das. Aber Maya hat doch schon gesagt, dass niemand sonst da drin war. Stimmt auch wieder. Wenn wir nicht ermitteln, wo der Mörder war, geht es uns wie in einem gestrandeten Wal. Hm. Und noch die Kura in der Beschwörungstechnik. Vielleicht erfahren wir da noch ein, zwei interessante Sachen. Ich dachte, ich würde diesen Tag nie erleben. Fragst du mich ehrlich nach Beschwörung? Dieser ganze Fall dreht sich doch um Beschwörungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts davon verstehe. Nun, das ist ganz normal. Schließlich sind Beschwörungen nichts Alltägliches, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Die Fähigkeit, seine physische Erscheinung in die Person zu erinnern, die man ruft, war etwas, das sich unsere Vorfahrin, die mystische Amy, angeeignet hat. Warum man sich sowas Geiles aneignen kann? Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Wo wohl? Die Familie Fäh war ursprünglich für die Verehrung der Götter bekannt. Als die mystische Amy auf die Welt kam, war durch ihren Namen ihr Schicksal bestimmt. Denn sie wurde nach einem von der Buddhas des Buddhismus Amitabha benannt. Bis zum heutigen Tag ist ihre Seel in der Heiligen Urne von Korain eingeschlossen. Ja, pass. Normalerweise steht die Urne auf dem Holzsteg und sie trägt Amys Namen. Äh, ja. Ach, Mensch, Phoenix. Das ist doch nur ein Märchen. Und dass ich dich sehen kann, ist auch nur ein Märchen, oder wie? So, jetzt aber gehen wir mal an den wahren Mörder und beten wir, dass wir das hinkriegen. Okay, los geht's. Okay, Mia. Come on, come on. Round one. Der Mörder. Oh, das wird hart, glaube ich. Okay. Phoenix, du glaubst, ich verheimliche die Informationen über eine Person. Stimmt doch, oder? Ja. Nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens nach schütze. Äh, äh, ich würde da jetzt sagen, Einie. Aber das würde keinen Sinn machen, dass sie sich schützt. Und die einzige andere Person, wo ich denke, dass sie irgendwas damit zu tun haben könnte, ist Morgan. Also nehmen wir Morgan und wenn wir falsch liegen, nehmen wir Einie. Yes! Morgan, Faye, natürlich. Natürlich, hallo. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Juhu. Gut gemacht, aber... Während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit allen anderen vor der Tür. Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Das stimmt. Zeigt mir irgendeinen Beweis, der den Verdacht auf meine Tante lenkt. Äh. 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 Okay, gehen wir mal ganz kurz durch. Äh, das Führerschein-Foto ist es nicht. Die Truhe ist es nicht. Der Ball ist es nicht. Die Haligone ist es nicht. Der Kleidungsfetzen muss doch irgendwie was damit zu tun haben. Bleiben wir uns in meinem Kopf. Das Foto ist scheißegal. Scheißegal. Mein Kostüm ist egal. Das Messer ist egal. Die Pistole auch. Ähm. Verbrennungsofen beim Holzstück gefunden. Er ist aus dem selben Stoff wie Mayas Kostüm. Mal abgesehen von dem Blutfleck. Du meinst von dem Kostüm, das Maya zur Zeit des Mordes trug? Ja. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht? Aber warum? Ich weiß nicht warum. Aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Stimmt, das macht irgendwie Sinn. Was hat dieser Blick zu bedeuten? Deine Argumentation ist zu löchrig. Hä? Du hast keinen Beweis, dass dieser Stofffetzen wirklich von Mayas Kostüm stammt. Aber dieser Blutfleck. Und weißt du jetzt, wessen Blut das ist? Du weißt es nicht, oder? Kannst du beweisen, dass dieser Stofffetzen von Mayas Kostüm stammt? Äh. Äh. Ja, kann ich. Klar, natürlich. Natürlich, klar. Klar, 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 klar. So, oder nicht? Oder? Macht doch Sinn. Ich glaube, das ist der Beweis, nach dem du suchst. Der Schlüssel zum Beschwörungsraum, hä? Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er auf magische Weise im Ofen im Hauptgarten gelandet. Du hast recht. Aber Maya hat es mir doch so gesagt. Bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel. Und sowohl der Schlüssel als auch die Stofffetzen wurden im Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stofffetzen war ein Teil von Mayas Kostüm. So sieht es jedenfalls aus. Irgendjemand hat ihr andere Kleider angezogen. Und wer soll das sonst gewesen sein? Das war morgen. Hey. Und dann. Und hat dann das Kostüm, das sie getragen hatte, in den Verbrennungsofen gesteckt. Es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Genau. Das hast du sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstücke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Wie auch immer? Wie ich schon anfangs sagte, meine Tante hatte ein Alibi. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Das ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweise liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie den Mord verübt? Wie sie es getan hat, ha? Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigte meine Tante, um Dr. Grey zu töten? Ich habe eine Idee. Hoffentlich passt das jetzt. Und hoffentlich ist es schon... Äh... Äh... Nicht spoilern, Anni. So. Einie-Meini. Sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Einie-Meini... ...stecken unter einer Decke. Und ja, dann habt ihr das jetzt schon erfahren. Der Mörder. Die ganze Zeit schon lässt mir etwas keine Ruhe. Dieses Verbrechen hätte nicht von einer normalen Person verübt worden werden können. Ich überlege gerade, ob es einen dritten Tag zu dem Fall gibt, wenn sie jetzt schon sagen, dass es zwei Mörder gab. Was im Übrigen, und soviel kann ich schon mal spoilern, was stimmt, es gab zwei Mörder. Ähm... Dieses Verbrechen... Die Person musste viel über das Feiernwesen und das Dorf selbst wissen. Aber morgen hat bereits ein Alibi. Ja, deswegen komme ich nicht dahinter, wie es geschah. Wir können davon ausgehen, dass Einie-Meini irgendwie darin verwickelt ist. Aber wir haben kein... Wir haben ein großes Problem. Dass ich gerade den Sound ausgemacht habe. So. Ein Problem? Womit? Wir haben kein Motiv. Warum sollte Morgan Dr. Grey töten wollen? Wozu war das gut? Außerdem wissen wir nicht sicher, ob sie mit Einie-Meini zusammengearbeitet hat. Lustigerweise kann man jetzt schon das Motiv erraten. Nur so nebenbei. Falls einfach Füchse von euch gerade mitdenken. Man kann sich ein Motiv gerade denken. Hm. Mia scheint auch keinen Schimmer zu haben. Hä? Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Hä? Überlegt mal, Phoenix. Warum sollte meine Tante so etwas tun? Und warum macht sie es auf eine derart hinterlistige Weise? Ähm, weil... Mutter. Sie ist der Schlüssel zu allem. M-Mutter? Wessen? Meine? Phoenix, Mann, ey. Sei nicht albern. Meine natürlich. Misty Faye. Mias und Majas Mutter. Warum bringt sie die jetzt ins Spiel? Nun denn? Sieht so aus, als hätten wir alles gesammelt, was wir konnten. Nun müssen wir morgen nur noch gewinnen. Dann wird sich alles aufklären. Äh, in Ordnung, Chefin. Wir werden nicht verlieren. Wir werden nicht verlieren. Und, oh Gott, wir haben es geschafft. Und ich kann einen Cut mal machen vor dem Gerichtstag, der jetzt quasi genau ist. Also, das war Part Nummer 12, müsste es gewesen sein. Ich verzähl mich manchmal auch mal. Und wir sehen uns im Tag, im Tag 13. Wir sehen uns im Part 13, wo es wieder vor Gericht geht. Das lief jetzt echt gut, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der Gerichtstag jetzt halbwegs gut so funktioniert. Das war Part 12. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.